Rontra ist eine der 13 Götteraventuriens. Sie ist die Göttin des Kampfes und des Gewitters. Außerdem steht sie für Ehre, Mut und den Schutz der Schwachen. Ihr Sternbild ist ein Schwert. Ihre Geweihten tragen normalerweise eine dicke Rüstung und einen Rontrakamm. Ein massives, zweihändiges Schwert. Um den Willen Rontras zu deuten, ist ein Zweikampf nicht unüblich. So kann zum Beispiel Recht gesprochen oder die Ehre verteidigt werden. Wenn der Gegner dabei sichtbar schwächer ist als der Geweihte, so ist ein Zweikampf selbst um die Ehre nicht mehr ehrenhaft. Außerdem hat Rontra zwei Söhne. Kor, den Gott des Krieges, und Zwafnir, der Gott der Seefahrer. Der Widersacher von Rontra ist der Elzdemon Belhalha, welcher auch für den Krieg steht, aber die Aspekte Kampf, Massaker, Eimtücke, Blutrausch und Vernichtung vertritt. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Wir hören uns dann im nächsten Video. Ciao!